Salut! Hallo! Nach unserem letzten fast perfekten Video kommt heute noch was neues von uns. Wir lassen uns heute blind von Tim schminken. Tim darfst du zuerst einen aussuchen. Also, wenn er zuerst schminken will. Ja, Clara. Hast du drungen? Ja, gib mal mal ein bisschen Lippenstift. Da ist mir jetzt. Ich nix. Du denkst richtig. Da ist gut. Der Verurscht hat nicht Klara. Das nächste. Der Verurscht hat nicht Klerven. Fretchen, Haku mit Klara. Das geht. Und du holst ungefähr das Gesicht. Da. 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 Wenn ich weiter runter muss, sag's mir. Weiter hoch. Das ist in meinen Mund. So. Clara, komm. Du. Was ist die Wasser? Ui. Nein, die kann man wegmachen. Du. Das sieht aus. Tim. Bin ich! Clara, du musst verraten. Die. Du. Ich riech. Das hört nix Hör die mal schräg, das wäre echt abgestochen Das ist auch was für die Augen Echt? Abgeholt, ne? Mal gucken Was war das? Ich darf nicht gucken Das war eine Öffnung Ich klappe den Spiegel um Es ist klein, aber fein Die Augen Tim Sporsche Ja Das ist mein Kind Ich glaube, wir haben hier einen Nachkram So komme ich jetzt jeden Tag in die Schule Oh ja Ja, richtig Ja Ja Okay Okay Ja Oh nein Ja 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 Du musst, du musst, du musst Du musst, du musst, du musst Oh, dann schön Ah Mach meinen Mund auf Ja 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 Wir haben doch alles hier Ist ja ein Arzt im Raum Das ist nass Ist ja ein Arzt im Raum Yangke Ein Pinsel Das ist was für das drin Pinsel Die Wande Ah gut Ah Ehm, du machste noch Prämie Was ist denn da die Klicke? ? Ah, das trifft der schon mal julg Was? Fass mich noch! Und sehr! Ich bin echt glücklich! Und schlau! Ist mir egal! Danach muss er ja uns fassen! Du musst es jetzt noch... Mit dem Ding da! Du musst jetzt noch... Die Wippernzage? Nein, die Lassbein! Ja, die Wippernzage! Und jetzt? Und jetzt musst du das, was du angemalt hast... Ja, wo war das? Antupfen! Da! Da sieht wieder Gehirnscher raus aus! Antupfen! Es ist Tupfen! Er ist gut! Guten! Das Ding hast du bald vielleicht nicht mehr malen! Ich... Okay! Ich... Ich glaube, wir sind fertig! Warst du das? Fertig? Ja! Ich will jetzt gar nicht, wie ich aussehen! Ich guck mal, ob du nachschminkst! Wem willst du denn nachschminken? Klapper! Unter deinem Kinn! Guck mal! Ja! Du hast das mit dir gemacht! Okay! Okay! Gehen wir mit zum nächsten Nachschminken! Ich glaube, ich habe so meinen herzlichen Alltag zu mir gehabt gefordert! Okay! Was willst du? Jetzt ist Franz! Ich weiß nicht! Entschuldigung! Sorry! Aber... So fein! Nee! Wutat! Juuu! So! Was ist denn jetzt nächstes? Das ist wieder das für die Wangen! Ich habe jetzt einfach eine Veräußerung! Das ist für die Wangen! Das ist für die Wangen! Ja, das ist für so einen Pinsel! Alter, du brauchst jetzt auch nicht draufgeklatscht! Geh mal rein! Das ist das! Das ist eine Zahrein! Was ist das? Das ist aber voll gut! Oh, wo muss das hin? Aufs Auge! Ich geh mir Mühe! Au! Wo ist das Auge? Meine Augen sind hier! Ich bin da! Ich bin da! Da! Meine Augen sind doch nicht sauber! Ist ja auch nicht! Und weil... Und am Mund! Und... Im! Im Mund! Im Mund! Oh, die Stimme! Da! Geht weg! Du triffst das schon ganz schön gut! Das ist so gut! Das machen wir jetzt! Meine Nase ist schwarz! Bestimmt für die Wimpern, oder? Ja! Alter, du hast doch die Wimpern getroffen! Echt? Ja! Läuft! Läuft! Du triffst weil die Wimpern! Läuft! Ja! Was kommt jetzt? Ich fühl mich voll schwarz von mir! Gib dir dann schon gleich mein Handtuch weg! Anni! Ja! Wo ist das? Du triffst schon richtig! Das stimmt nicht! Im Endeffekt kann es wirklich sein! Und jetzt kommt was dazu wieder zu vertupfen! Wo? Ich helfe! Nein, ich helfe! Nein, ich helfe! Au! Wo bin ich? Wir haben doch schon eine Fasse! Oh nein! Nein! Komm nein! Bei der Klara bin ich oft daneben gelandet! Du hast die Wange! Du hast die Wange! Ja! Ich hoffe nicht für keine Aufkommnisse! Ich habe mich versichert! Ja! Aua! Aua! Das ist doch! Das ist doch! Wir haben ja! Oh! Ich glaube wir haben alles! Augenbrauenstift! Das ist... Was ist da? Das ist keine Störer! Ich glaube wir sind fertig! Sertig? Ja! Yeah! Lecker! So! Ich helfe dich! Ich geh wirklich die Batschen hängen! Hallo! Was hast du getan? Ey was soll ich sagen? Klara schmeckt mich jetzt! Ich bin schlimm auch! So, ich schmeck mich Klara hier! Ich heiche euch! Das ist egal! Dann will ich aber an Tim schminken! Nein! Nein! Tim schminken wir nicht! Weil er letztes Mal bestraft wurde! Okay! Ich werde oft genug bestraft! Ja! Ist doch gut! Senf! Ich werde auch geschminkt! Vor allem der Senf! Tim! Das ist nett mal! Okay sie sind nichts! Sieht nicht! Na komm! Mach! Ich komm mal deine Haare da rein! Nicht so oder schwer! Ja! Die darf ich erstmal! Der Bereich ist gar nicht schlecht! Alles klar! Alles klar! Was ist das so schön? Okay! Ich geh alle mal mal! Komm mal und? Ja! 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 Das fühlt sich voll nass an! Das ist Thema! Ich kann mal näher! Nein! Das ist glattes Make-up! Scheiße! Meine Hände! Ich sehe hier schwarz! Ich sehe hier schwarz! Das ist glattes Make-up! Das ist glattes Make-up! Wie ist das? Wie ist das? Yo! Yo! Fertig? Ja! Und was für die Augen? Und Augenbrauenstift! Ja, warte! Und Fusch! Das ist glattes Make-up! Ich mache mir noch nichts mit dem Ich mache es echt sogar! Warte, Moment! Na, das Ding vielleicht noch ein bisschen! Oh! Oh! Das was mein Fall! Ey Claire, du passt jetzt zur Ballung? Hä? Du kriegst... Ey, voll gut getroffen! Und das Ding? Voll gut getroffen, ja. Damit das nicht so... So, nach dem Ding! Ey, das ist ein Auge! Ey, das ist ein Auge! Ey, das ist eindeutig, wenn ich die Augen habe. Echt? Scheiße, was habe ich zu tun? Einfach über das ganze Gesicht! Hab ich ja gesehen! Ja! So gut! Ein Kino! Dein krass! Die Wanne! Betrifft die Wanne! Die Tassi, die an! Da habe ich ein Kudos geführt! Ich bin zur Kühlflut! Ich will gar nicht gucken! Ich weiß nicht! Sieht gar nicht so schlimm aus! Sieht aus wie Mann! Ich will mich erzählen! Ich will mich erzählen! Ich will mich erzählen! Okay! Was hast du? Ey, das ist ohne Witz richtig schwer! Lena? Ohne Witz! Ja, ich muss halt die Hände machen, das ist sie gar nicht! Es hat mir viel Spaß gemacht, die Mädels zu schminken! Und ich halte auf das nächste Mal wieder ein! Ich habe völligokoladen! Ja, они haben zusammen! Ja automatically!!!